Steht ja eh der Ofen vorne, sieht doch eh kein Mensch jetzt. Sie ist so schnell fertig, das muss jetzt und komm und ach komm, scheißegal und weiß und Hauptsache rein. Also ich habe gestern eigentlich schon alles geschnitten. Ja, eigentlich. Aber es ist dem Herrn nicht gut genug. Nee, jetzt ist es einfach heller. Man sollte eine stabile Beziehung haben, wenn man sowas anfängt. Ist auf jeden Fall empfehlenswert.